Jetzt hauen wir uns. Ich nehm sie. Ich konnte gar nicht wählen, du hast einfach gezückt. Ich weiß. Oh, man. Gott. Man kann gar nicht aufladen. Na, das wär lame. Wieso kann man doch aufladen? Wie denn? Wie denn? Ah, gibt's Rücken? Ah! Das ist ein episches Battle. Ich kann's auch anders. Na klar. Alter, 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 Alter! Ich komm da nicht mehr raus! Ich komm da nicht mehr raus! Ah, man kann... Oh. Oh Gott. Ah! Boah, ist das lame, ey! Dumm! Round 2, oh nein! Ah! Guck mal, ey! Was?! Ja, ja. Guck mal, wie das ist hier. Bam, 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 bam! Ich kann nix mehr machen! Das ist so dumm, ey! Ja, Baby! Das ist ab jetzt mein Lieblings-Kampfspiel. Noch ein Kampf? Ach, krumm, ey! Einen noch, ich will sie mal nehmen. Äh. Ja, komm, ich nehm doch mal die Blauhaassige. Jetzt kannst du das mitnehmen. Ah, herrlich. Selbes Kampf, ey, wahrscheinlich. Ja. Ja, jetzt weißt du, wie das ist, ne? Schmeckt das, ne? Schmeckt! Ja. Ah! Ah! Aber ich kann das nicht auch? Ah! Wir sterben! Wie block ich denn? Das sag ich nicht. Lame! Das ist mal richtig lame von dir. Das ist mal richtig lame von dir. Ah! 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 Wow! Zeig einfach grad! Lame! Man kann mit L blocken. L hab ich, glaub ich, gar nicht belegt. Ja, siehste mal. So, jetzt brauch ich ne Entscheidung. Ich nehm noch mal sie. Nein, ich nehm wieder sie. Die hier! Okay. Final Battle! Jo. E-Fisch. Ja, das mit mir. Ah! Bam 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 bam! Konter! Was? Von wem nicht belegt, ne? Scheinbar doch! Aha! Oh, dein Lügner! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Spiel ist cool! Das hat was! Oh! 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 Alter! Wie kannst du den Konter machen? Ich weiß, wie du das machst. Alter! Ja? Alter, wie machst du diesen Konter? Ach, leck mich! Was für'n Sanz, ey! Sehr cool. Voll. Ey, jetzt weiß ich das auch erstmal wieder für ein halbes Jahr. Du hast ne Laune. Okay. Ja. Dann nehm ich an, dass du an deinen letzten Worten. Kannst du noch kurz dir dieses Chibiusa zeigen? Na, das ist auch Ranz. Okay, komm. Zeig'n wir mal. Yay. Kann ich so lange noch hier... Geht einfach nur da rum. Moment. Da. Fünf. Wie. Blumms. Das ist total sinnfrei. Spannend. Das ist richtiger Ranz hier. Guck mal. Hey, 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 hey. Kann ich eigentlich irgendwie joinen? Komm jetzt aus. Ja, sind denn da auch andere Bosse? Oder ist das irgendwie... Keine Ahnung. Ich hab's nicht durchgespielt. Ach, tu doch nicht mal so. Ich bin nur voll Mini. Das geht mir voll auf Picks. Hier, bam, 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 bam. Ist voll stark. Ist das ein anderes Level? Nein, das ist dasselbe Level. Nein, das ist dasselbe Level. Wieso macht das so komische Getäusche? Das liegt an dem Mädchen. Das grölt so rum. Hey. Das ist ein Mordchen. Das ist dumm. Okay, ähm. Würde ich sagen, wir hören auf? Ja. Bitte. Den kompletten Mist tu ich mir nicht nochmal an. Ich fänd's witzig. Nein. Ich weiß nicht. Nur wenn du dabei bist. Ja, ich bin auch dabei. Nein, ich will nicht. Was ist das denn? Alter Schwede! Warte, warte. Hab ich richtig gesehen? Das sieht überhaupt keine Energie dir ab. Das sind oben die Schleifen. Achso. Oh. Das war krass. Das stimmt. Das hätten wir eben gebrauchen können. Ja. Ich wette, das waren die Kristalle. Das kann sein. Egal, oder? Ja, weg damit. Weg damit, okay. Äh. Raus. Gut. Dann. Würde ich sagen. Ich bin Meo. Ich bin Hasewee. Das war zu viel Sailor Moon für mich. Ach. Gerade die Grenze erreicht. Und dann. Ein halbes Jahr später kommt dann. Das ist Rollenspiel. Na gut. Na, bis dahin. Macht's gut.